Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Ja, der ersten Ausgabe für 2024. Ja, und was eignet sich bei der ersten Sendung für ein neues Jahr natürlich eine Lieblingsfigur von mir auszupacken, wo ich wirklich lange, lange her bin. Ich bin da wirklich so lange her und habe ja versucht auf meinem Kanal letztes Jahr diese zu ertauschen, hat leider nicht funktioniert. Aber der Puppengeist hat mir diese Figur lose besorgt. Das heißt, jetzt habe ich sie endlich einmal ausgepackt vor mir liegen, aber auch natürlich, das konnte ich aber auch nicht übers Herz bringen, eingepackt. Denn es geht heute um den Club Grayskull He-Man. Ja, ihr wisst ja, ich habe ihn ja seit ewig schon eingepackt und jetzt wollte ich immer mal wissen, wie fühlt sich dieser Club Grayskull von Mattel an. Denn es gab ja auch 2019 eine Neuauflage, zwar nicht von Mattel, aber ebenfalls aus der Club Grayskull Edition und zwar von Super 7. Da schauen wir uns natürlich gleich mal so einen kleinen Vergleich an. Wo sind die Unterschiede? Wer ist besser? Aber vorher, bevor ich anfange, ihn zu begutachten, schauen wir uns einmal die Verpackung von dem Club Grayskull He-Man, den sogenannten 2.0 He-Man, einmal genauer an. Ja, da steht der He-Man 2.0 aus der Club Grayskull Edition vor uns. Hier das Doppelkopf-Logo He-Man and the Masters of the Universe, darunter natürlich der Figurname He-Man und unten links Mattel, die die Figur hergestellt hat. Noch steht He-Man in seiner auffallenden Club Grayskull Verpackung. Ja, das Besondere an dieser Figur ist natürlich die Verpackung. Ja, sie unterscheidet sich von den herkömmlichen Verpackungen. Hier sieht man natürlich hier, in der Zugbrücke ist die Figur also hier He-Man. Wenn man sie natürlich nach vorne kippt, sieht man natürlich hier die Augen und die Nase von Grayskull. Man kann die Figur von oben aus betrachten, aber auch von der Seite. Hier erstmal ein Turm von Grayskull und hier ein anderer Turm von Grayskull. Man kann also nicht, wie bei den anderen Grayskull oder Club Grayskull-Figuren, die Figur von der Seite beobachten. Ja, und die Rückseite ist natürlich auch spektakulär. He-Man auf der Maulbrücke von Schloss Grayskull. Natürlich sieht man auch hier He-Man and the Masters of the Universe. Darunter sieht man Matti-Collector.com, denn da konnte man diese Figur man 2016 beziehen. Und unten eine kleine Kurzbiografie des Charakters. Ja, ich laboriere weiter an einer Erkältung. Ja, meine Stimme ist weiterhin lediert. Ich fühle mich immer noch ein wenig schlapp. Das habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt bei Giganten, das Fan-Magazin. Aber trotzdem möchte ich mit euch hier zusammen uns den He-Man anschauen. Ich habe ihn, na klar, weil er schon ausgepackt war, brauche ich ihn jetzt auch nicht auszupacken. Und ich muss sagen, wo ich ihn bekommen habe zu Weihnachten, hat der Puppengeist mir eine richtig schöne Freude gemacht. Denn wie lange war ich hinter dieser Figur hier her? Okay, der Origins Cartoon Collection He-Man ist schon richtig eine Wucht. Aber diese Figur hier ist ja noch mehr der absolute Burner. Ja, schon alleine seine Propation, genauso wie im Filmation Cartoon, er ist natürlich auch voll beweglich. Man kann auch, oder auch nicht, ich bin immer so zark, weil ich Angst habe, ich mache etwas kaputt. Ich lasse lieber mal den Kopf drauf. Den Kopf kann man hier, glaube ich, nicht wechseln. Das kann man beim Super 7 Club Grey Skull He-Man kann man das. Das werden wir uns nämlich gleich auch mal anschauen. Er sieht ja richtig cool aus. Gucken wir mal auf das Gesicht schon mal. Fangen wir mit dem Gesicht mal an. Ja, das Gesicht ist auf alle Fälle sehr maskulin. Sehr, sehr, sehr maskulin. Sehr, sehr toll. Friese, die sitzt auch, die passt zum maskulinen Gesicht. Und auch, man muss sagen, so wie im Cartoon. Da möchte ich, genauso wie beim Cartoon Collection He-Man, möchte ich nicht drüber meckern. Finde ich ein guter Skalp. Auf alle Fälle, ja, als Zubehör bringt er natürlich hier sein Zauberschwert mit. Und natürlich, was wäre He-Man ohne sein Zauberschwert? Die kann er natürlich sehr gut in die Hand reinlegen. So muss das natürlich auch sein. Moment. Werden wir natürlich ihn auch in die Hand einlegen. So, und damit kann er natürlich die Mächte von Greyskull beschwören. Und dann kann man sehr schön, man kann den Arm, wie man so sieht, kann man richtig nach oben ziehen. Richtig gerade. Das konnte man zum Beispiel bei dem Vintage-Toll von He-Man von 1982 natürlich nicht. Aber hier geht das locker, wie er auch im Porch schaut. Und dann stellt man sich vor, da kommen die Blitze. Man könnte zum Beispiel auch Prinz Adams Schwert nehmen, die die Blitze schon dabei hat. Dann ist das natürlich auch ein super geiler Effekt. Und ja, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Muss ich lassen. Hinten auch, wo das Schwert reinkommt, seine Schwertscheide, die man auch so aus dem Cartoon her kennt. Auch mega cool. Momentum, auch mal direkt hier wieder rein. Was natürlich ein kleiner Nachteil hier dran ist, ist, ja, es gibt sogar einen kleinen Nachteil, finde ich, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen sollen. Man hätte hinten das Schwert, wirklich, wie man es aus dem Cartoon her kennt, nur den Griff hinterm Rücken sehen sollen. Ja, so sieht man natürlich auch einen Teil von der oberen Hälfte des Schwertes. Wisst ihr, was ich meine? Wäre natürlich, wie gesagt, cooler, wenn denn hier der Griff des Schwertes nur hier über die Schulter gucken würde. Aber auch da jammern auf hohem Niveau, auch hier sein Haar nicht, genauso wie im Cartoon. Auch die Armringe, gleiche Farbe. Natürlich sind die Hände voll beweglich, genau, auch die Kniegelenke, alles gelenkig, alles. Und muss sagen, auch, ich habe, oder beziehungsweise der Puppengeist hat ihn bei Kleinanzeigen von, von, das heißt ja nicht bei eBay Kleinanzeigen, seit letztes Jahr heißt es ja nur noch Kleinanzeigen, hat er ihn besorgt. Und das Coole ist, diese Figur hat jemand gehabt, er wohnte genau da, wo ich aus Mönchengladbach herkomme, beziehungsweise wo ich jahrelang gewohnt habe. Das fand ich so abgefahren, ne? Na, göttliche Eingebung. Naja, egal. Dann hat er noch als Zubehör dieses, äh, diesen, äh, ist das ein Stand hier so? Auf jeden Fall ist das hier so, so ein Mäuerchen ist mit dabei. Äh, ja, kann man lassen das Mäuerchen, da kann man ihn vielleicht schön drauf posen. Man kann aber auch vielleicht auf das Schwert reintun. Geht doch auch, oder? Das Schwert. Ja, guck mal, kann man das Schwert so machen. Auch wie geil, kann man so vieles machen, ne? Moment. So sieht er ein bisschen aus, als ob er eine Kacka machen müsste. Moment. So, da hat er das Schwert. Cool. Moment. Was natürlich auch, wenn es eine gebrauchte Figur war, es war zwar eine Vitrinenfigur, so stand es da natürlich in der Beschreibung drin, hat diese Figur einen festen Stand. Das war mir natürlich mega wichtig, wie ich schon mal gesagt habe, falls ihr mal was ersteigert oder euch bei Kleinanzeigen etc. euch besorgt, fragt mal bei losen Figuren nach, wie der Stand ist, ja, ob der Stand gut ist, ne? Weil es könnte natürlich ein Pech haben, habe ich auch schon gehabt, da habt ihr eine Figur, da sind die Beine zu locker und sie kippt immer um. Ihr könnt sie vielleicht nur noch im Regal angelehnt oder in euren Diorama vielleicht angelehnt nur noch benutzen. Das ist natürlich super, mega schade. Ja, so, das ist hier schon mal, ne? Weil hier sind zwei kleine Löcher drin, hier in diesem kleinen Stand oder kleinen Borgvorplatz, was ihr nennen, das wäre jetzt auch zu groß, ein Borgvorplatz wäre ein bisschen groß, aber so, hier so, so ein bisschen dieses Gestein hier. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Auch die Hautfarbe finde ich sehr gelungen. Hier ist ja wirklich so, wie man ihn aus dem Cartoon her kennt. Das ist mir ziemlich wichtig, wie ihr wisst. Ja, ich liebe Filmmärchen, ich liebe die Serie von damals. Und das ist auf alle Fälle ein Hingucker, ja. Auch voll beweglich, arme Beine, Oberkörper, hat leider auch keinen Hüftschwung, aber er kann sich um 360 Grad drehen. Und was natürlich sehr schön ist bei dieser Figur, dass die Farben matt sind. Das ist bei Club Grayskull, also zumindest bei den Figuren von Mattel, es ist ja dann später, ist denn Super 7 ja eingestiegen bei Club Grayskull, da waren sie leicht glänzend. Dazu kommen wir nämlich jetzt, wenn wir uns nämlich auch gleichzeitig jetzt auch uns mal den Club Grayskull He-Man von Super 7 anschauen. Und das Ganze hieß denn Club Grayskull Ultimate He-Man. So, jetzt vergleichen wir mal den normalen Club Grayskull He-Man mit dem Ultimate Club Grayskull He-Man von Super 7. Hier die Verpackung, man sieht, er kommt eigentlich auf einer herkömmlichen Karte daher. Also im Gegensatz zur Club Grayskull Verpackung ist das eine ganz herkömmliche mit den roten explodierenden Vulkansteinen. Hier steht auch noch auf He-Man, Most Powerful Man in the Universe. Und auch hier sieht man erst einmal, sieht er aus wie ein ganz normaler, ja, Club Grayskull He-Man. Ganz normal, aber er hat keine Unterschiede. Er hat zum Beispiel einen kleinen Beipackzettel mit dabei. Er hat natürlich ein wenig mehr Zubehör, wie man hier unten sieht, nämlich auch drei zusätzliche Wechselköpfe. Plus Zauberschwert und einem Schutzschild. Ja, hier die Rückseite der Karte. Man sieht erst einmal oben ein richtig cooles Artwork, ja, wo He-Man sein Schwert in seiner Verwandlungspose hält. Das ist schon mal richtig geil, so wie man ihn erkennt aus dem Filmation-Cartoon. Hier noch mal ein kleiner Hinweis, dass man die Köpfe austauschen kann. Hier weitere Figuren von Super 7, unter anderem die Ultimate Editions. Da gibt es nämlich auch noch den Skeletor, denn diesen gab es ja auch als Club Grayskull-Version. Aber hier sieht man noch mal ihn als Ultimate. Darunter sieht man die Special Releases, wie den Laughing Prince Adam und den Holiday He-Man. Darunter die Masters of Universe Collector-Choice. Und da ganz unten drunter noch weitere Club Grayskull-Figuren. Ja, ausgepackt sieht der Ultimate Club Grayskull-He-Man so aus. Was fällt uns als erstes auf? Gut, wie ich eben schon sagte, das ist hier glänzend die Haut. Ja, also die Figur glänzt mehr als hier beim Mattel Club Grayskull-He-Man. Aber das Schwert ist hier auf der linken Seite. Beim Club Grayskull-He-Man war er auf der rechten Seite. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Ja, auch der Kopf, ja, das Gesicht ist nicht so maskulin wie beim normalen Club Grayskull-He-Man. Hier schaut er irgendwie, ja, verträumter rein. Nicht so grimmig wie beim ersten He-Man. Ja, hier sein Hanisch. Er ist natürlich auch grau. Und er ist auch von der Farbe her, hat er ein hellgrau. Ja, beim normalen Club Grayskull-He-Man war er dunkelgrau. Hier hellgrau. Auch die Hautfarbe ist nicht so, finde ich natürlich, sondern sehr blasser, ja. Aber auch nicht schlecht. Also kann man lassen. Was ich hier cool finde, ist das Zubehör. Nämlich bringt er hier ein Schutzschild mit. So, probieren wir jetzt mal die Köpfe, die dabei sind. Hier einmal den Faker-Kopf. Da sahen die Produktfotos besser aus. Ja, da dachte man, wow, das wird richtig cool aussehen. Mit den weißen Augen, mit diesem, ja, mit diesen Lichtsequenz. Aber hier, ja, wurde von Super 7 eindeutig schlecht umgesetzt, ja. Einfach weiß bepinselt und das noch schlecht. Dann nochmal den Robot-He-Man. Ja, die Robot-Variante, die auch im Filmation-Cartoon vorgekommen ist, wo Skeletor von Man-at-Arms geleimt werden sollte. Ja, finde ich, das finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Und hier die lachende Variante, ja, diese hatte ja auch von Club Grayskull, der Laughing Prince Adam. Gut, dieses Gesicht ist natürlich Geschmackssache. So, jetzt beide Varianten im direkten Vergleich. Links die Ultimate-Variante und rechts... So, hier beide Varianten im direkten Vergleich. Links die Ultimate-Variante und rechts die Club Grayskull-Variante. Hier erkennt man auch sehr gut, dass die linke Variante mehr glänzt als die rechte. Ja, welche ist denn eure Lieblingsvariante? Die Ultimate- oder die normale Club Grayskull 2.0 He-Man-Variante? Ja, ich war ja immer zufrieden mit meiner Ultimate-Variante, weil ich halt keinen normalen Club Grayskull-He-Man als ausgepackte Version hatte. Aber, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn ich hier den normalen Club Grayskull nehme, ja, ist der wirklich auch von der Haptik her besser als der normale von Super 7. Und hier kann man auch das Schwert natürlich, hier die Schwertscheide kann man natürlich so auf seine gewünschte Dingsler drehen. Das muss ich auch nochmal sagen. Das kann er aber hier leider nicht. Die Ultimate-Variante kann leider nicht die Schwertscheide hier drehen, geht nicht. Aber hier beim Club Grayskull-He-Man auf alle Fälle. Ich bin ein bisschen kurzatmisch, merke ich. Das macht meine Grippe, woran ich laboriere seit ein paar Tagen. Also macht euch keine Sorgen, dass ich gleich hier umkippe. Wenn, ruft den Notruf. So, oder wählt den Notruf. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ja gut, auch Zubehör, wie gesagt, beim normalen He-Man hier, Club Grayskull-He-Man kann man leider nicht den Kopf abmachen und die Köpfe wechseln. Das geht hier nur beim Ultimate. Aber, ich gucke gerade mal, hier kann man die Rüstung nicht abnehmen und beim, hier beim Club Grayskull ginge das, glaube ich. Da könnte man theoretisch, ja, man könnte die Rüstung abmachen beim normalen Club Grayskull-He-Man. Das geht beim Ultimate leider nicht. Warum auch immer? Oder ging es doch? Nein, glaube ich, geht es nicht. Ja, und die Köpfe, die dabei sind, finde ich cool. Ja, wie gesagt, hier mit dem Faker-He-Man-Kopf, das ist wirklich daneben gegangen. Ich weiß nicht, was Super 7 da gemacht hat. Es sah auf den Produktfotos, ja, bei den Vorankündigungen sah es so toll aus. Da sah es wirklich so aus, als wenn man einen He-Man-Kopf bekommt, wie man ihn aus dem Filmation-Cartoon her kennt. Dafür ist das, finde ich, cool. Das hat ein bisschen was Witziges. Gerade zu Halloween kann man das so den He-Man draufsetzen. Hat irgendwas. Gut, der lachende Kopf hier, den muss man mögen. Ich mag ihn aber nicht. Ihr wisst ja, naja, ihr wisst ja, wie ich darüber denke. Ja, jetzt könnt ihr, gut, aber was ich noch sagen wollte, hier beim normalen 2.0-He-Man ist, wie gesagt, hier dieser Mauer-Vorsprung mit dabei, wo man sein Schwert drapieren kann. Das ist das einzige magere Zubehör. Ja, da hat natürlich der Ultimate mehr Zubehör. Es gibt auch davon, wie ich eben schon sagte, es gibt auch noch einen Ultimate Skeletor, der nachempfunden ist von dem Club Grayskull Skeletor. Den habe ich auch, aber nicht als ausgepackte Version von Club Grayskull, sondern nur ausgepackt vom Ultimate. Sobald ich bin auch hinterher, jetzt auf alle Fälle auch einen Club Grayskull Skeletor zu bekommen, damit ich mit ihnen, oder mit ihnen, mit denen ich mit euch zusammen ihn auspacken kann. Ja, das wäre auch cool. Kann auch eine lose Figur sein. Falls jemand einen günstig abzugeben hat, jetzt nicht überteuerte Mondpreise, der meldet sich einfach bei mir über meine Social-Media-Seiten. Da gibt es ja bei, neben YouTube gibt es da Facebook, Instagram und seit Neuem auch bei Trads. Da bin ich auch vorzufinden. Schreibt mich einfach da an und vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Was ich noch gucken wollte, ist hier. Ja, der normale Origins-Cartoon-Collection-He-Man, der ist ja auch vom Kopf her richtig geil gelungen. Der erinnert mich auch sehr gut an den Flammation-Cartoon. Aber da kann ich schlecht einen Vergleich ziehen. Ja, ich weiß, ich habe ihn ja veredelt. Ihr habt vielleicht mein Unboxing gesehen dazu. Dann habe ich einfach reingesteckt, ja, den Kopf habe ich drauf gesteckt. Und zwar bei diesem He-Man vom Vierer Origins-Pack, ja, wo alle vier He-Mans der vier verschiedenen Epochen drin vorhanden waren. Und dann klappte es auch mit meiner Zufriedenheit. Aber was hier natürlich besser ist, auf alle Fälle ist das hier, der Griff des Schwerts. Der guckt nur hinterm Rücken hervor, nicht das halbe Schwert noch zusätzlich. Das ist viel besser da gelungen. Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, klarer Sieger ist jetzt bei dem Vergleich. Der Original Club Grayskull He-Man von Mattel. Nicht von Super 7 die Version, aber ganz knapp gewonnen. Das ist wirklich eine gute Alternative. Und hier, das ist jetzt, Gott sei Dank, in meiner Gewalt, in meiner Sammlergewalt. Ich bin so glücklich, ihn zu haben. Mega cool, wirklich. Und was ich noch sagen möchte, ist, auch die Gelenke sind hier besser verarbeitet. Ja, weil hier bei Super 7, finde ich, ist jetzt nicht so das absolute Highlight. Obwohl, ja, kann man lassen. Aber ich finde trotzdem hier das irgendwie hochwertiger. Wie gesagt, die Haptik ist hier irgendwie nicht so hochwertig wie hier. Postet mir unten in die Kommentare, welche Variante ihr vergöttert. Welche findet ihr besser? Und dann sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt auf alle Fälle weiterhin sammelwütig. Und vor allen Dingen bleibt und werdet gesund. Tschüss!